So, herzlich willkommen zum zehnten Let's Play von der LEGO Hobbit. Genau, los geht's. Mal wieder die falschen Charaktere. Ja, hier stimmt alles. Das sieht man jetzt an dem nicht. Oh, dieses Mal machen wir lieber nicht so viele einfallen, wir haben es ein bisschen eilig. Dann kann man noch eine knappe halbe Stunde bis ich los muss. Ja. Ja, und das geht weiter. Die Elbentore vom Düsterwald ragen vor der Gruppe auf. Ihre Reise führt sie durch diesen verdorbenen und einst bedeutenden... Raumum ausgerechnet spinnen! Es gibt nur einen sicheren Weg, der vor ihnen liegt. Sie dürfen ihn nicht verlassen. Lass die Ponys jetzt frei. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit, ungesehen. Falls unser Feind zuerst kürzt, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Lagen. Dann sei es so. Willst du uns etwa verlassen? Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht müsste. Ich erwarte euch am Aussichtsposten vor den Hängen des Erebor. Geht nicht ohne mich in den Berg hinein. Ein Pferd nicht! Ich brauche es! Ihr müsst auf dem Weg bleiben! Kommt nicht von ihm ab! Kommt! Wir müssen den Erebor erreichen, ehe die Sonne am Durins Tag untergeht! Ja! Jnl, fschl. Ich würde ihn nicht leben! Hier bin ich Nuri! Ich glaub das ist gar nicht der King. Ja, aber dann brauch ich schon mal einen... ...Madegast. So. Oh, was bauen wir? So. Nee, du kannst noch nicht, Carrie. Philippe kann auch noch nicht. Ihn musst du wählen. Wie du vorhin hattest. Ah, ich bin ein Apelmann. Du musst da auch klettern. Ah, jetzt auch. Und jetzt kannst du den anderen karten. Geht doch. Oh Gott. Ich hab das. Ich hab da auch die Einzelung. Und jetzt ist uns mit der antragenden Hand. Angen mit den Nordeaalen. Ich weiß. Ich beginne mit dem Bedeauch hjälpt. Alles ganz schön. Aber es sind die Anfangs zwischen mir zu, weil ich, und ich habe das Spiel etwas besorgt. Ich fange meinen Ball nicht hoch, ohne dass ich hier hineinfalle. Oh ey, ich denke mal ich bin oben. Da ist ein Lila nach. Ja, bleibt eine Sache. Vielleicht mit einem vollen Weißen. Es muss irgendwie einen Weg geben, damit ich nicht... Dann haben wir den anderen, damit wir nicht von alleine tanken. Oh, zu viel Fall. Darf ich mir ein Haus bauen? Ja. Na klar, da ist ein Minikit in der Brühe. Ja, ja. Oh, das geht gar nicht los. Ich nehme einen Rand. Ich nehme einen C-Tall. Ja, ich nehme den B-Tall. Wenn du meinen C-Talll nochmalraschend hast. Dann zeigst du. Ich nehme einen H-Tall. Ich nehme ihn, ich nehme den B-Tall. Ja, guck mal, selber, das ist ja da. Das ist nämlich ne Schleuder-Zielscheibe. Braucht es nur einen Schuss. Ah. Aber du musst hier vorangehen. Nicht in die Brühe fallen, das ist nicht so gut. Ja. Da hab ich schon ein paar Mal mitgekriegt. Das wollte ich irgendwie, wo ich dann noch von was hier so ist. Ah, war ja. Ja, Feuer. Hier ist das schon wieder in die Lana. Hier ist Feuer. Hat jemand mal gerade ne Fackeln an? Jo, na klar. Ich werde ruhig sprungen. Oh, was denn hier passiert? Na ne. Wer hat schon mal bessere Tage erlebt? Ja. Äh, hier muss mal Wölber rein. Schwarzfelder. Fangen wir jetzt mal. Na, ich glaube mal was anderes. Puh. Noch ein Omelette. Aber ein Omelette mit Fackel. Ja. Puh. Ein bisschen Feuermaggie. Ah, verdammter Kackel. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ein Puzzle, was ist da? Weil ich in die äcklige Brühe gefallen bin. Fackel. Grosse. Knister, 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 knister. Asche. Asche. Staub zu Staub. Asche zu Asche. Ne, Asche zu Asche. Staub zu Staub. Carry. Malte deines Amtes. Ja, bevor seine Kitarre dagegen fällt. Den einen Ring. Bilbo. Ein bisschen stärker. Ah, ja. Jetzt sehe ich schon was los ist. Das hier muss zusammengelegt werden. Und dann haben wir verbrochen. Dann muss Bilbo in die andere... die andere... die andere Dings schlettern. Jetzt kann Carry King zuklappen. ... ... ... ... Na, und Gander hat die Gruppe verlassen. Siehste das Blaue da hinten? Ja. Ah, wir haben uns da reinfallen. Ne, okay. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Was? Es ist ja fertig... Hier... Und er dreht. Mach dich ruhig Da ist's. Jo, gleich hör mal rein, die macht ja In die eklige Brühe Na nina da Hier geht's nicht weiter Wie geht der los, Ferretchen? Was wollt ich denn sagen? Ben, warum er dann läuft? Oh, der hat ja... Da hat die Gruppe gerade... Ja, hab so ne cooles Euler vielleicht, weil die runterfacht der Fall Oh, was war das denn? Du schießt Carriking an Ah, fünf Gruppe aus Eulen Sind es ja nicht klar Wie zum Teufel soll man hier rüberkommen? Man fliegt jedes Mal in die Suppe Boah, wenn sie das Bild mal nicht so flamen würden Ja Ah, ich hab's geschafft Ich hab's leider nicht Ja, ich hab's gedacht Ich hab's gehört Oh meinst du jetzt auf dich? Hä? Nö. Ja, na klar. Ja, na klar. Die dynamische Achse ist störend. Ja. Es ist vertikal. Ich komme besser. Ja, das finde ich auch. Weil da durch das Ding kommen wir voll ins Kinder. Genau. Aber kurz im Papier stehe. Das geht einfach. Daniela ist ein volles Bild. Auf jeder Seite. Wo er sitzt. Ja. Der Weg. Er ist verschwunden. Wir gehen weiter nach Osten. Und wo ist Osten? Wir haben die Sonne verloren. Die Sonne. Wir müssen sie finden. Die Sonne. Hä? Wir müssen über die Baumwipfel hinaus. Smet, Smet. Ich sehe einen See. Und den einsamen Berg. Wir sind fast da. Schöner ruhig. Ich weiß nicht, dass du gehen müssen. Ja. Dieser Butterfly. Aber nicht so gefährlich wie das andere. Der ist harmlos, dieser Butterfly. Ja. Der ist harmlos, dieser Butterfly. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe ein bisschen mehr. Ja. Der sieht aus wie Spiderman aus. Der sieht aus wie Spiderman aus. Der sieht aus wie Spiderman aus. Ja. Da wird schon eingeschwommen werden. Der Spiderman aus. Der Spiderman aus. Ja. Das war ja eh passiert. Hier ist ein Speicherplatz. Dann speichern. Dann speichern wir mal. Speichern. Fortfahren. Geh oben. Oh Gott. Jedenfalls nicht. Nichts was er analysieren kann. Na klar, das Loch hab ich euch schon da gesehen. Ein Loch? Na sowas. Hä? Da musst du mal ran, wenn die mit dem Bauch zu dir zeigt. Ja, wenn er sich das Ding anbaut, dann wird der Spider ein bisschen wundern. Da ist ja eine Brücke raus. Und... ...und... ...und... Nein, du sollst mich nicht ohne dich machen. Ich muss auch mal hier, ich muss auch mal hier oben. Du musst auch mal hier oben. Oh, nee, vergiss nicht wieder. Kannst du nicht ausrichten, das ist nämlich so ein Ding, was... Jo, schon wieder. Da geht's vor allem auch abgabend hier nicht. Na klar. Ich bin eine Spinn. Hör auf, du Spinner! Was? Na, ich meine, die noch schön aufgehen oder nicht? Nicht nur richtig, die sehen mich eh nicht. Warum ist das hier so laut? Ich glaube, wir haben hier das runter, wo wir kommen. Ach so. Ah, doch der Nächster. Der Echte. Der Echte. Hier ist nur noch einer. Hey! Lass mich nicht hier allein! Jetzt kannst du rüberkommen. Du blockierst den Weg! Aus! Lass mich mal eine kaputte Macht! 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 Lass mich mal einen eigenen Kollegen! Das weißt du doch, dass du das da nicht anvisieren kannst! Lass mich mal eine kaputte Macht! Stich! Hm! Lass mich mal eine kaputte Macht! Lass mich mal eine kaputte Macht! Lass mich mal eine kaputte Macht! Ich guck mal eine kaputte Sendur! Ist nicht nur noch ä dreckig werden owned! Ah ja! Thema 1. Ja, die Hälfte haben ich nicht, also die Hälfte. Ja, Legola, all in the room. Und wie heißt der zweite Hälfte? Der Weibliche? Der Weibliche? Die. Auf. Die. Tauriert. Denken höher springen als andere Karteerung. Ist nichts neues. Ich bin jetzt im Eimer. Soll der Barsch kommt raus. Hat er meine Axt? Ich jedenfalls nicht. Das ist nur mein Bogen. Und da. Uke. Wir sehenen, was ort gemacht hat? imm Karteerung. Wir können das eine Karteerung sein. Ach, sagt's immer Beste. Nein. Jo! Ich bin die Stelle, wo ich bin. Das ist ein Geiger. Ich habe den Punkt hier losgebracht. Ich bin von dir losgebracht. Ich bin wohl den gerade nicht so verflügelt. Der hat auch unsicht gemacht. Ja, nicht gerade. Das ist sogar Bilbo, die der Schema hatte gescheit. So. Was machst du da? Wie hat dich erlöst für dich? Ah, ein Pfeil. Das trifft sich gut, dass ich auch deine Blumen hab. An welcher Stelle? Oh mein Gott, ja. Aber Tauri kann's auch. Wenn die Kursi ist ja auch eine Blumenstift drin. Gerade im Kapitänatel. Ja, der dauert irgendwo. Tauri, ja. Da muss auch eine Blumenbank dauern. Wie sieht es aus? Ja, die ist meine Blumenkirche. Wie sieht das aus? Die Stimme ist so, dass das sehr хочешь. Nein, das war. Nein, das war noch mal. Nein, das war noch mal. Ja, das war noch mal. Aber das war auch der Ex-Design. Sting. 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 StGB. StGB. Noch eine Reihe wird bald die in den Wendepibitter gefangen waren. Fehlt noch wieder? Ja. Wollen Sie mich nicht durchsuchen? Nein. Woher habt ihr das? Es wurde mir geschenkt. Nicht nur ein Dieb, sondern auch noch ein Lügner. Nein, das stimmt nicht. So, das war's. So, gucken wir, was das alles kriegen soll. Kling! Achakop! Achakop! Legolas Grünblatt! Kauriel! Zeitkaufstheos in Kaur. Jo, die Millionen haben wir schon mal jetzt. Fängt ja schon mal gut an. Finde ich auch. Aber den Meisterlied? Nein, ich dachte mal nicht. Ganz knapp, 7% haben gefehlt. Ich finde, jetzt haben wir keinen gefunden. 1, 2, 2, sehen schon. Aber bin nie rangekommen. Nein. Finde ich am Anfang. Hm. Ja, bitte. Finde ich am Anfang. Ja, Level abgeschlossen. Eure Reise mag den Anschein eines hehren Ziels haben. Ich selbst vermute hinter eurem Handeln, ihr weniger edle Beweggründe. Ihr sucht den Arkenstein. In diesem Berg gibt es Edelsteine, die auch ich begehre. Ich bin ganz ruh. Ich werde euch gehen lassen, wenn ihr mir zurückgebt, was mein ist. Ich glaube nicht, dass Thranduil, der große König, sein Wort hält, auch wenn uns das Ende aller Tage bevorstünde. Ich warnte euren Großvater, doch er wollte nicht hören. Bleibt hier, wenn ihr wollt, und verfault. 100 Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Leben eines Elben. Ich habe Geduld. Ich kann warten. Geist den Artenstein. Ja, du schwingst mal oder so? Keine Ahnung. So, und dann sind wir wieder? So. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Und schon.